Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Sorry, dass die ganze Zeit nichts an mir gekommen ist über die letzten drei Tage. Nur hatte ich Abschluss und da hatte ich ein bisschen besseres zu tun und zwar feiern und freuen, dass man es geschafft hat. Und wir waren gerade dabei, den Keller auszubauen. Und zwar wollten wir weitere Kisten einfügen. Das machen wir dann direkt einmal. Und ja, ich habe jetzt übrigens auch den Timber-Mod installiert, damit das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht. Ja, warum habe ich jetzt nicht? Egal. Da ich möglichst viel schaffen möchte und das geht halt so um einiges schneller. Ja, das knallt mir gerade die Ohren weg. Ähm, 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 ähm. Oh, wir sollten mal ein paar Sachen wegräumen. Ja, dann mache ich mal hier Stein rein und so. Dann kommt hier so Pflanzenzeug rein. Ähm, ähm, hier machen wir mal Holz rein. Und hier Erde rein. Hier kommt, hier kommt, machen wir mal Werkzeuge rein. Ach, komm, ich packe jetzt einfach auch mal alles rein. Oh, wir brauchen mal ein bisschen mehr Platz. So. Stein, Stein, Stein. Das war Stein. Ähm. Ich habe die Stickisierer getan, ne? Und es ist so dunkel, dann gehen wir gerade mal pennen. Ja. Ich bin so dunkel, dann gehen wir mal auf. Ich bin so dunkel, du 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 du. Ich bin so. Dann war ein Axt. Und dann geht es in den Urwald. Man muss ein bisschen Oberthold sein, das geht da wohl fix. Und dann kriegt man den Baum da. Das war ein ganzer Stack Da kommen wir drinnen direkt noch den hier Morgen in den Nachrichten beziehungsweise in der Zeitung Steve beziehungsweise der Caesar von Holz erschlagen Spitzel Ah sie könnte mal Wieder so ein verstörendes Lied Aber ich nehme an wir haben jetzt genug Holz oder will ich hoffen so 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 Ich will mal hoffen jetzt haben wir genug Kisten Ich weiß das war übel zerschönerisch gerade Aber gut Ah nein So So Und was machen wir jetzt Ich meine jetzt haben wir übertrieben viel Holz Was machen wir mit dem ganzen Holz Erstmal da reinpacken Wo war nochmal die Holzkiste Da Stein So Und so Wo war die Kohle Die Kohle Ich weiß was ich gleich mache Ich mache gleich erstmal ein paar Ähm Schilde und so Damit ich überhaupt weiß wo was ist Gut Gut Was machen wir jetzt Ich könnte natürlich auch Hm Ein Apfel Ähm Hm Was haltet ihr denn von so So eine Scheune So eine Art Ja so eine Scheune halt Wo man Tiere und so reinpacken kann Ja so eine Scheune halt Ja doch vielleicht Ja nicht mal so schlecht Und ich könnte eigentlich auch Haben wir Erde Beziehungsweise Ich hätte jetzt noch so ein Feld machen Ähm Holz war hier Ja so Jetzt haben wir hoffentlich genug Stückis Was Was mache ich da Oh mein Gott Was soll ich Oh mein Gott Ah Oh 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 Junge Was Oh Oh Ne Keine Ahnung Was das jetzt sollte Das war jetzt nicht überlegt Das war dann wohl mein erster Fail am heutigen Tage Weitere werden folgen Oh mein Gott Was war mit so vielen Leitern Was war mit so vielen Leitern ey Ah Ah Ha So Wie weit ist das denn also wie breit Ähm 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 6 4 5 6 5 6 6 6 7 7 8 9 9 6 9 9 9 9 10 10 11 10 13 15 Ja, das wir tragen immer ab. Oh, Junge, ist das laut. Hat jetzt nicht viel gebraucht, aber ist egal. Und so geht sie kaputt. Wir haben jetzt gerade mal eine neue. Stein war hier. Ah, hier haben wir noch ein paar Stickies. So, und so. Ja, ähm, ja. Und ich bin übrigens auch gerade dabei, ein LPT klarzumachen. Das heißt, die Vorbereitungen werden gerade getroffen, sodass bald womöglich auch noch ein LPT mit mir stattfinden wird. Ich weiß noch nicht genau, wen ich mir dazu hole. Entweder eine von uns, also von Mesh Gaming, oder ich hole mir eine liebe Freundin an Bord. Und, ja, könnte auch ganz witzig werden. Und ich hoffe auch, dass das alles dann auch so klappt, wie wir uns das vorstellen. Und ich genehmige mir gerade mal einen Schluck hier. Und ich denke, es wird schon wieder dunkel. Ah, das machen wir gerade mal fertig. Und ich denke, es wird schon wieder. So. Oink oink. Oink oink oink. Dann legen wir es gerade mal hin. Gut. Da ist das Schweini. Schweini. Oink. Ich mache hier gerade mal die Löcher zu. So. Ups. Oh egal. Und hier auch nochmal. So. Ups. Ich mache das weil ich vorhabe hier eventuell ähm. Noch ein Feld hinzumachen und damit ich nicht will dass das nach unten durchfällt dann alles wenn ich da irgendwie Gräben für Wasser mache. Mach ich hier dann jetzt erstmal alles zu. So. Außerdem ist das ganze dann eine Ebene und das sieht ja dann auch besser aus. Ja. Gut. An der Stelle beende ich dann erstmal den Part und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.